ARD Text im Auftrag von Funk Schieß doch, schieß! Noch hast du im Gehirn nichts, wofür es sich lohnt, ein einziges Wort zu Papier zu bringen? Haben Sie noch nie daran gedacht, sich zu verabschieden und einfach hinüber zu kleiden? Was wollen Sie? Jetzt sagen Sie schon! Wo warst du, Benjamin? Er nimmt sich heraus, Almas Biografie zu benutzen. Ich verstehe gar nicht, woher er die Information kommt. Das glorreiche Jubiläum unseres Verlages. Auf uns, auf uns, auf uns, auf! Da gibt es die Fiktion, aber ich gebe das gar nicht. Ein Ich, das seine Behausung in einer wabernd gletschigen Gehirnmasse glaubt. Ein Fleischklumpen, der die Existenz durch seine physische Absurdität vernichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020